Door Nummer 12, Booklet Nummer 12, off the Advent Calendar. This one is called Jerusalem. Die drei Weisen folgten dem Stern und durchquerten die Wüste. Des Nachts war der Stern immer zu sehen, denn er leuchtete viel heller als alle anderen. Aber als die Weisen sich der Stadt Jerusalem näherten, verdeckten dicke Wolken den Sternenhimmel. Nun wissen wir nicht mehr, wohin wir uns wenden müssen, sagte König Balthasar. So lasst uns in Jerusalem fragen, wo wir den neugeborenen König finden. Doch als die drei Weisenmänner am nächsten Tag die Bewohner Jerusalems nach dem neugeborenen König fragten, da sagte ein Mann, ein neuer König wäre unser Glück. Ein anderer seufzte und sprach, hier gibt es keinen neuen König, nur den grausamen König Herodes, der von unserem Unglück profitiert. Only 13 days till Christmas. Make sure to hit that follow button so that you don't miss the next part of the story.